Unser Planet Erde. Ein riesiger Reichtum an Leben, Natur und Fülle. Doch wir sind an einem Scheideweg angekommen. Und unsere heutigen Maßnahmen entscheiden über unsere aller Zukunft. Welchen Weg schlagen wir also ein? Welche Zukunft gestalten wir jetzt? Es gibt keinen Planeten B. Und wir haben nur einen Versuch, unsere Lebensgrundlagen zu bewahren. Es gibt jedoch verschiedene Wege, das Pariser Klimaziel zu erreichen. Scientists for Future aller Disziplinen haben sich deshalb zusammengefunden, um vier mögliche Zukunfte zu skizzieren. Sie wollen damit eine öffentliche Diskussion über geeignete Maßnahmen anstoßen, die unserer kritischen Lage gerecht werden. Die vier Zukunftsbilder für das Jahr 2040 werden fachübergreifend von den Scientists entworfen, diskutiert und facettenreich beschrieben. Dieses wissenschaftliche Material dient dann den Artists for Future aller Sparten, die möglichen Zukunft der Menschheit in ihren unterschiedlichen Kunstformen sichtbar, hörbar und erlebbar zu machen. Das Zukunftsbild groß beschreibt eine große Transformation top-down. Fokussiert verändert nur das absolut Notwendige und errechnet die globale Wirkung spezifischer Maßnahmen. Langsam zeigt die Zukunft, auf die wir aktuell zusteuern. Nicht gerade unser Favorit. Und Graswurzel ist das Zukunftsbild eines kollektiven Gesellschaftswandels von unten. Mit diesen wissenschaftlich begründeten, kulturell erzählten Visionen unserer Zukunft stoßen wir eine ehrliche, empathische Diskussion über den Weg der Menschheit an. Wir wollen die nötigen Schritte jetzt erkennen und beherzt und informiert gemeinsam gehen. Bei Zukunftsbilder geht es um die Bewahrung unserer Lebenswelt und alle tragen dazu mit ihrem besten Wissen und Können bei. Wir laden herzlich ein auf eine interdisziplinäre, ko-kreative Forschungsreise ins Jahr 2040. Werde jetzt Teil des Teams. Gestalte das Zukunftsbild mit, in dem du leben möchtest. Gestalt des Teams. 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 Gestalt des Teams.